Hey Schiri, der lässt mich nicht in Ruhe, Mann! Ich brauch eine Mütze! Dann geh doch zu deinem Trainer! Gib du mir eine! Siehst du auf seinem Kopf ne Mütze? Nein, also was willst du? Nimm mal gelb jetzt! Dann soll er mir eine kaufen! Ach, hör doch auf! Und du fürs Schreien! Ja, okay! Soll nur kommen, wenn er die Mütze will! Hey! 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 Was ist da von mir? Lass mich los, Aua! Nimm bloß nicht meine Mütze! Die hab ich mir gestern bei Ebay-Kleinanzeiger geholt! Hey, gib her! Okay, sorry!